konnichiwa und guten tag leute heute geht es um das spezial dingens bomben jenes welches heute geht es um die spezialfolge und zwar um die spezialfolge für die 100 abonnenten ja genau darum geht es heute heute geht es darum ja irgendwie höre ich mich sehr sarkastisch an keine ahnung warum nein heute geht es echt um die spezialfolge für die 100 abonnenten ja das level hier hatten wir schon mal gemacht nur kurz zum level hier das haben wir schon gemacht hier geht es um die bestleistung von den punkten das mache ich einfach nebenbei hier geht es eher um was ich heute sage darauf solltet ihr euch konzentrieren weil wird ihr gleich wissen warum ja das level ist ja unwichtig das mache ich einfach nebenbei und ja erst mal noch mal danke für die 100 abonnenten das mache ich hier alles aus der westentasche grad ich habe nicht irgendwie was vorgeschrieben oder sonstwas deswegen wird es etwas spaßig sein dass ich alles so hinbekommen wie ich es will mal gucken naja es gibt auf jeden fall eine überraschung und zwar für die 100 abonnenten muss es auch was geben also mache ich ein gewinnspiel ein bisschen raus was es zu gewinnen gibt sage ich später aber was ihr dafür machen müsst sage ich es jetzt und zwar müsst ihr unter diesem video kommentieren und zwar nicht irgendwas was ihr gestern gegessen habt oder was ihr noch essen wollt oder wie das wetter gerade draußen ist oder so nee das will ich nicht wissen falls ihr das sagen wollt könnt ihr mir das gerne per privat mal schreiben das ist kein problem aber es geht um was anderes und zwar stelle ich hier gleich später laufe der folge drei fragen und die drei fragen müsst ihr mir beantworten und zwar nicht in stichpunkten sollen setzen also wäre schön also ich mag es nicht wenn man einfach ein wort hin schreibt und dann sagt man sagt ihr euch ja hier hf sagt hat jetzt viel spaß mit diesem wort nein darauf habe ich eigentlich nicht so viel lust deswegen setzen bitte und ja es gibt was kleines zu gewinnen das soll ja auch belohnt werden erste linie für die 100 abonnenten zweite linie auch für das kommentieren was ihr euch einfallen lässt und sonst was und unter den kommentaren nur die kommentaren also die kommentiert haben haben auch die möglichkeit zu gewinnen leute die mir da irgendwie privatnachricht schreiben kein problem könnt ihr mir gerne schreiben ich beantworte auch die nachrichten die haben aber leider nicht das recht zu gewinnen also nur leute die kommentiert haben nein ihr müsst mich nicht abonnieren oder das video leiten darum geht es ja eigentlich nicht die es wollen können es gerne machen freue ich mich riesig also das ist keine frage nur das ist ja ein gewinnspiel und ja da habe ich mir gedacht ach lasst die leute mal kommentieren ist ja auch nicht so verkehrt ja erste frage was gefällt dir ja genau was gefällt euch an meinen an meinen karten oh mein gott alter was habe ich heute mit der aussprache keine ahnung das liegt vielleicht daran dass es vielleicht neun uhr morgens ist und ich dachte ohne den kaffee geht es irgendwie nee es geht doch nicht ohne den kaffee nun ja neuer anfang und zwar die erste frage lautet was gefällt euch am meisten an meinen kanal an meinen videos oder sonst was also lasst euch da mal was einfallen schreibt das in den kommentaren rein ausführlich würde ich jetzt gerne wissen nicht einfach jenna sisters twister dreams das gefällt mir das bringt mir nicht viel das sind fragen die eigentlich äh mir was bringen sollen und ja oh nein ich sterbe doch nicht okay gut deswegen das wäre die erste frage an euch alle einfach mal hinschreiben äh soweit es geht beantworten ausführlich und ja dann seid ihr schon dabei eigentlich da fehlen noch zwei fragen und dann werte richtig dabei die stelle ich auch gleich ich muss mich nur wissen hier konzentrieren und wissen dort deswegen ist das jedes mal so ein bisschen spannend für mich so da oben waren kristall den kriege ich jetzt irgendwie nicht hier zum zweiten durchlauf wieder nicht finde ich jedes mal seltsam kann haben so ja zweite frage was für projekte wünscht ihr euch ich höre ja ich habe ja letztes mal ein video auch gesagt dass viele leute mir schreiben hier du machst tolle videos aber deine projekte interessieren uns nicht also nicht persönlich gemeint sondern die mögen einfach hier sowas nicht was ich jetzt gerade zeige sie haben andere vorlieben vielleicht ballerspiele horrorspiele was weiß ich das möchte ich gerne wissen hier bitte darauf achten in dieser frage nicht einfach hinschreiben ich möchte gerne von dir ein let's play von minecraft naja das bringt mir nicht viel ich möchte wissen warum ich das let's playen sollte warum gerade das spiel weil manche spiele das ist meine meinung passen die let's play stimmer stimmen einfach nicht dazu also es gibt immer diese charakter basis also spiele passen zu einer person besser als andere spiele und deswegen möchte ich gern wissen warum gerade das spiel ihr let's playen haben wollt von mir warum warum also warum geht meine zahlen runter frage ich mich jetzt gerade auch nur ja das möchte ich gern wissen und ja welche projekte einfach mal ausführlich hinschreiben und dann seid ihr schon wieder dabei das wäre die zweite frage und ich sterbe gerade hier so die dritte frage sage ich auch gleich wie gesagt eine 10 euro psf karte gibt es zu gewinnen falls es deutlich mehr leute da sind als ich mir erhofft habe die kommentieren werde ich mir noch was zusätzliches einfallen lassen das so an das soll es nicht liegen ähm so zack das war jetzt gar nicht mal so schlecht also wie gesagt wie gesagt erst mal 10 euro psf karte das gibt es zu gewinnen ein sendeschluss ist der sechste fünfter das ist ein montag glaube ich ja bis dahin soll es gebacken sein alles und ja die dritte frage wäre was wäre die dritte frage ich sag mal stell dir mal ganz am ende weil sonst schalten die leute hier schon ab deswegen zack ok 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 ja und gleich ist das ende da ja hier ist es zack ok die letzte frage ist wie seid ihr auf meinen kanal gekommen mit dem bus mit dem zug mit dem lkw nein spaß durch bekannte oder durch freunde oder durch irgendeine homepage oder hier durch das gewinnspiel seite vielleicht auf meinen kanal gekommen Weiß ich leider nicht das will ich gern wissen Joa das wären eigentlich die fragen die drei fragen im video die werde ich jetzt zwar nicht wiederholen sonst Denken manche sie können das ende nur verfolgen dann sehen die drei fragen schon in der einheit Die drei fragen sage ich nicht und ja Bitte die drei fragen beantworten und Desweiteren falls ihr noch fragen habt auch fragen kein problem Und das wärs das wärs schon beim 100 abo spezial Das wärs schon soweit Das nächste mal überlege ich mir noch was anderes also jedes mal kommt was anderes das war jetzt was kurzes kleines Speckiges nicht speckiges wie man sieht wie man es nicht sieht sonst was naja wie gesagt Soweit dankes fürs zuschauen fürs zuhören und sonst was Euer sagt katjes und bis dann